Servus Leute, das Halloween Zombie Event geht immer weiter, jeden Tag kommen zwei Quests dazu und ich habe die achte Quest erledigt auf meinem Main Account und habe sie dann auch auf meinem zweiten Account gemacht und ich habe festgestellt, da entwickelt sich eine sehr interessante Dynamik in EFT, also auf dem Main Account habe ich es natürlich wie immer gemacht, man kämpft sich da durch und platziert dann die Sample, also die Quest heißt Sample for A New Hope, da muss man in den Raum auf Labs und dann den Transit nach Streets nehmen und dann die Probe bei K-Bahn und an der Couch ablegen, Autohandel und das habe ich auf verschiedene Art und Weisen erledigt, also einmal auf dem Main Account, dann einmal wie es grandios schief gegangen ist und dann war ich auf dem zweiten Account unterwegs und da hatte ich dann ein bisschen einen anderen Ansatz und habe da alle Quests gemacht und das Ganze recht schnell und ja die interessante Dynamik, die ich meine ist, dass sich PMCs gegenseitig geholfen haben, die sich aufeinander geschossen haben und das Ganze auf Labs und auch auf Streets und ich war da sehr überrascht und ich dachte, das packe ich euch mal in ein Video, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, ich habe auf jeden Fall da mal einen Zusammenschnitt gemacht, wie das auf meinem Main Account war und wie ich es dann auf meinem zweiten Account auch erledigt habe und wie verschieden doch so eine Quest laufen kann und ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr euch vorbeischaut, Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da, hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, komm nach oben, Kommentar unter dem Video, jetzt viel Spaß. Ich hoffe, wir ziehen durch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, genau solche wie dich hasse ich, Alter. Hey, Stromteufel. No, no. Ah, hört auf zu backen zur Hölle, ey. Ah, da kriegst du ja die Kretze. Oh Gott, das wird nicht gut enden. Nein, nein, nein. Oh, shit, 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 shit. Alter, was hier los ist? Wollt ihr mich rollen? Oh, da kriegst du ja die Hände, ey. Ich kann nicht mehr sprinten. Das war's. Das war's. Wie soll ich mich jemals besiegen hier? Das geht doch gar nicht. Die im Leben. Nicht mehr dort. Nie im Leben, nie im Leben. Wie sollen die jemals besiegen? Das geht nicht. Ich bin tot. Ich werde hier sterben. Keine Ahnung. Wie soll ich das Ding da jemals ablegen? Wie soll das gehen? Wenn da 10.000 Zombies sind. Wieder hier. Ich spawne jedes Mal hier, ne? Jedes Mal. Ich werde da 10.000wiad. Ich werde hier ず Şens vidéos. Also. Wie soll ich das? Wie soll ich das gehen? Wie soll ich das drinkない? Wie soll ich den rändern? Wie soll ich... or apareg��? auch schon mal drin schön, dass du hier drin kämpfst Ausflugzeilen, save V-Gast, danke für 47, 78 Danke für den Support Und servus, wie geht's? Danke für die fette Dono So, ich muss sofort durch Ich muss sofort durch, irgendwo kurz Amo machen und dann gib ihm Doch, Arno Okay Ich zieh's hier durch Go, go, go Ich meine, es wenigstens ist jetzt Tag, das heißt Nicht alle, die hier spawnen, sind hier gespawnt Oh, no Oh Okay, okay So, erkennt man hier ein bisschen noch was? Wir haben es, passt Ist das spannend? Das ist echt spannend, ne? Hey, hey Das ist für die Kacke, ja Das ist für die Kacke Ein Versuch, fünf oder sechs Ich glaube, es war der dritte Versuch Yo, yo, yo Friendly Friendly, friendly, friendly Yeah, 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 we are good Good luck Er macht die Headshot-Skills einfach auf Labs Heiß knapp So nicht Yo, guys, friendly Friendly, coming in Yeah You opened the room already? What, what? Did you find the keycard? Open the room? No, no Alright, I have a look Keycard Wo bist du? Keycard, oh Kann hier auch spawnen, ne? Achso, man kann die auch auf Semi Stimmt, Semi-Auto kann man die stellen, ja Hab ich vergessen Hab ich die ganze Zeit nicht drin gehabt Fuck, wir brauchen die Keycard Auf dem roten Stuhl Oh, hier ist ein Kürbis Den lässt er einfach liegen Okay Wenn er nicht will Was hat denn der hier gelootet? Nichts? Auf dem roten Stuhl war sie nicht Ich weiß nicht Oh, ich kenne nicht alle Spawns von dem Ding Roter Stuhl Oh, jetzt ist offen Pardon Wart mal hier, ich bin fett Ist uns zu schwer Okay, gehen wir zum Transit Die Segalsflaschen So, jetzt kommt der Trick Auf Oh, ich hab Wenn ich keine Taschen habe Ja, fuck Und es ist Nacht Weiß es nicht Da kam jemand rein Irgendwie hab ich von der Friendly gehört Oder er hat aufgemacht Keine Ahnung Er hat auch gesagt Er hat es nicht richtig verstanden Aber ist egal Es war Wie gesagt, ne Ihr geht da rein Und Friendly, Friendly Willst du erklären? Kannst du da Milo? Ach du Scheiße Yo, Friendly Yo, Friendly Dude Yo, Guys We cool? Hello? Oh, we love 9 for a moment Guys, you hear me? Hello? 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 Yeah, I'm behind you You're doing the same quest, right? Yes I just follow you Friendly, Friendly, Friendly I'm friendly Don't shoot me Don't shoot me I'm friendly Okay, okay, bro Okay, good, thanks Yo, yo Was up, guys? Big squad Good luck, guys Milhouse, danke für den Private 22 Willkommen zu den Abo-Fallen Big squad, big squad Frins Scheiße, die haben meine Stärke Elite Yo, Guys I'm a little slow I'm level 22 What? Ah, hello, bro Yo, yo Sup? You're going for the Karban sofa, right? Okay, so Richtig gut Aber die anderen auch Die haben sich nicht mal angeschlossen Einfach Friendly, Friendly Und keep him This does good Oh, you guys Are you guys not going for the quest? I'm going to play this real quick Yeah, like I took the thing from Labs You know, for the event It's here Oh, thank you, bro Hello That's so dynamic I like this, not gonna lie Good job, guys Good job, guys Good job, GG Yeah, yeah Tomorrow, tomorrow quest Yeah, yes Tomorrow's the last quest I think Good job Achievements incoming Yes, yes Oh, it's nice Yeah, all good You can place Okay, thanks, thanks I cover Come down here Gotta try the Benelli That's the good thing Thanks, man Thanks, man Thanks, man Thanks, man Yeah, we were like Seven guys here before you Nice All doing the quest All friendly, you know I like it All right, guys Have a good one I see you around Good luck Richtig gut Richtig gut Damage house Which exit you're running? Damage house All right Me too Nice Kaum sind Zombies auf der Welt Und es dauert ein paar Tage Vertragen sich alle Was ist da passiert, ey Unglaublich Sagt auch mal Die Quest wäre schwer Es kommt nur auf die Die Gegner an Auf die PFCs Übrigens Ich hab noch eine Quest Auf Main Account Am Cinema SMG Kills machen Ich glaub, die geh ich jetzt mal an Alle mit Shotguns Und sowas Sauwitzig Wirklich Sauwitzig Ein Raider Gehst du das Die Sample holen Auf geht's Good luck Siehst du ja, ne Friendly, friendly Und dann rein See you around, dude Yeah, have a Have a good one Aber so, mal sehen Auf Semi Schießt du schneller Das ist richtig Und dann Und dann Ich bin Counting Dice To get away To see you again See you again Been fighting Waste To get away To see you again See you again See you again